hey leute herzlich willkommen zu einem weiteren video heute gibt es ein paar ankündigen und zwar es wird ein weihnachts special geben was schon in diesem monat beginnt es wird eine info zum live trading am donnerstag geben und wir schauen uns eine aktuelle situation im ers an und nebenbei haben wir noch einen trade offen im öl also ganz viele sachen auf einmal die leute von euch die im live trading rum dabei sind und das live trading auf patreon sich angesehen haben die werden dieses setup kennen unser pullback setup was wir hier gerade traden wo wir jetzt gerade ein paar tics vorne sind wir schon abgesicherten ein tick also voll okay wir sichern jetzt mal gleich noch ein bisschen mehr ab wenn wir das hier oben jetzt nicht brechen ziehen wir stoppen bis nach dass wir wenigstens mit zwei drei tics rauskommen den trade lassen wir es laufen wenn wir gleich ausgestoppt sind ausgestoppt wenn ich läuft da weiter ist egal wir wollen uns den ers angucken ihr könnt euch schon denken was kommt und zwar diese mega iceberg order die wir heute hatten die iceberg order die auf 46 80 lag das ist ein level im es was der er schon sehr 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 oft in der vergangenheit respektiert hat wo sehr oft sehr interessante sachen passiert sind wo auch immer mal wieder iceberg orders reinkam wenn ihr das mal backtestet werdet ihr feststellen ein ganz ganz interessantes level zum handeln und wie wir sehen heute wieder vor der news um 15 45 war ja die news wie wir sehen hat sich hier wieder ganz schön eine iceberg order gebildet über die level mit am ende hier sogar 1500 kontrakten und es war wieder massiv wie der markt jeder gedreht hat beziehungsweise wie der markt auch dieses level respektiert hat ich markiere uns das level mal dass wir gleich mal sehen ob noch in der vergangenheit auch noch was passiert ist aber wir sind jetzt gerade aus dem öl raus also alles okay wenn wir mal reingehen da war unser entry da war unser exit mit vier kontrakten ist okay sind jetzt ein paar tics ist nicht angelaufen wenn er jetzt noch weiter anläuft ist es halt so aber das hatte ich gerade noch nebenbei am laufen bevor ich den screen recorder gestartet habe deswegen wollt ihr euch das nur kurz zeigen es gibt nicht immer nur super gute trades es gibt auch mal trades wo nur in 12 tics rauskommt so ist das leben eines traders aber wie gesagt zurück zur iceberg oder wir sehen hier unsere wunderschöne iceberg order und was ist passiert es kam die news wir haben viel volumen wir drehen direkt von den von der von der iceberg order weg laufen zur iceberg order hin respektieren sie wieder durchbrechen sie und entfernen uns das heißt wieder zweimal ein ganz schönes zusammenspiel mit den märkten ein tanz um die iceberg orders herum was man für sich nutzen konnte danach hier sind wir einfach nur gnadenlos durchgebrochen das heißt hier wussten wir dann nachdem wir es durchgebrochen haben dass kein weiteres volumen in den markt kam jetzt ist die iceberg order weg haben es noch mal knapp angetestet nicht ganz geschafft und sind dann komplett weg davon weg von der iceberg order gelaufen das hier ist auch wieder ein altes volumen level was wir aus unserem day trading room auf patreon haben ihr alle die dabei sind kennen halt die level schon wir sind schon tausend mal durchgegangen haben die zusammen erarbeitet das hier unten ist auch wieder ein altes level aus unserem day trading rum und wir sehen da sind wir wieder schön gedreht dann sind wir wieder hier zurück an die alten level sind wieder schön gedreht dass nicht die iceberg order von heute das ist ein altes level wie sie die 1 2 3 4 mal gedreht und jetzt befinden wir uns so ein bisschen in so einer größeren seitwärtsphase wo der markt so langsam ausläuft und die news ein wenig verkraftet also ihr seht wenn man sich geschickte level wählt die wurde die relevanz für den markt haben kann man die immer und immer und immer wieder für sein trading nutzen und dafür muss man keine analysen machen gar nichts man muss nur auf volumen relevante punkte setzen und die kann man immer wieder für sich nutzen das war einmal kurz erklärung zu der iceberg order was heute war wie man das hätte für sich nutzen können mit ein paar leveln dazu level interessieren pausiert das video und kopiert sie euch einmal raus die zahlen man kann das ja immer lesen kommen wir zum zweiten thema das zweite thema ist heute der live trading rum der öffentliche auf twitch der findet ja jetzt am donnerstag statt also übermorgen um 18 uhr ich habe extra einen tag mal gewählt wo es feiertag ist wo die börse richtig richtig tot ist um einfach mal zu zeigen dass man das wie man mal trade wenn der markt richtig langsam läuft wenn es richtig schwer läuft ob man dann vielleicht doch was machen kann wie man das ganze machen kann also mal richtig anspruchsvollen tag ausgesucht ist natürlich nicht gesagt dass wir da morgen großartig oder schon übermorgen großartig was reißen werden aber ich wollte einfach mal mich selber challengen und an so einem tag wo ich sonst nicht traden weil es sinnlos ist eigentlich weil die bewegungen sehr schwach sind einfach mal ein paar trades zu machen mit euch zusammen paar fragen zu klären ist genau der perfekte tag für sowas das dritte was auf unserer agenda steht ist das weihnachtsspecial was ich angesprochen habe und zwar eins weihnachtsspecial wird es geben ein bisschen platz also für alle die dabei sein wollen im weihnachtsspecial wird es geben eine strategie also ein set up ein festes set up werde ich euch beibringen dann sechs leute also sechs machen wir mal Personen zwei stunden genau also sechs personen von euch können in der weihnachtszeit ein zwei stunden privates live trading mit mir gewinnen bedeutet ich werde alle zwei drei tage werde ich eine person auslosen werde sie anschreiben und werde mit der person ein live trading machen so zwei drei stunden je nachdem kommt bis auf die uhrzeit an kommt ein bisschen darauf an wie die märkte halt laufen und wir werden mindestens zwei stunden vielleicht drei stunden werden wir zusammen traden ich werde euch ein paar sachen vortraden ihr könnt mir fragen stellen wir machen das schön 1 zu 1 mit bildschirmübertragung nur wir beide mit sechs verschiedenen personen also ihr lernt ein set up über das ist das kommt dass das weihnachtsspecial das weihnachtsspecial ist ihr werdet ein set up lernen was ich euch von a bis z beibringe was wir dann zusammen traden darüber hinaus haben sechs personen die chance mit mir zwei stunden einmal zusammen etwas zu machen wir machen das worauf ihr bock habt ich erkläre euch das worauf ihr bock habt das wird das weihnachtsspecial sein wenn ihr daran teilnehmen wollt müsst ihr mir nur auf patreon folgen in den live trading rum dabei sein dort wird es dann ein extra webinar geben wo wir dieses set up erklären und das set up werden wir auch dann die ganze zeit über traden das set up werde ich euch vorstellen am muss kurz einmal auf den kalender gucken am 28 november wird das set up vorgestellt werden das ist sonntag also am ersten advent und das werde ich um 21 uhr abends machen also 21 uhr abends ich schreibe das einmal kurz auf also 28 star elfter 21 uhr findet das findet das erste von drei webinaren statt und dann jede woche danach also zu jedem advent quasi immer um 21 uhr findet das nächste webinaren statt das ist dann eins von drei webinaren wo ihr ein set up lernt ok und von all den leuten die hier dabei sind gewinnen sechs leute gibt es sechs mal zwei stunden einen privaten trading room wo wir das machen worauf ihr bock habt wo ich euch trades vormache wo ich euch fragen beantworte und jeder der dabei sein möchte muss mir nur auf patreon patreon folgen musste den live trading room dabei sein und dann seid ihr automatisch dabei das heißt alle die leute die jetzt schon im prater und live trading room dabei sind sind automatisch mit dabei die werden automatisch das setup lernen wir sind automatisch bei den webinaren dabei und alle die zusätzlich kommen also die bis zum 28 dabei sind sind natürlich auch automatisch dabei das heißt ich werde in der woche immer zwei leute ziehen a drei wochen bis das ganze dann vorbei ist und dann werden wir immer werde ich immer mit zwei leuten in der woche zwei stunden was machen das ganze machen wir nur zu zweit tag uhrzeit könnt ihr euch aussuchen das ist mein weihnachtsspecial für euch das heißt ihr werdet eine feste trading strategie mit allen drum und dran lernen und darüber hinaus gibt es noch sechs mal zwei stunden mit mir zu gewinnen wo wir zusammen trainen wo ich euch sachen fortrate und euch alles das beantworte was ihr wissen möchtet ich hoffe das special gefällt euch wenn ihr dabei sein wollt am 28 11 geht das erste webinar los um 21 uhr abends das wäre es damit sind wir durch ich hoffe das video hat euch wieder gefallen wenn ich das gefallen habe gebt mir daumen nach oben ich hoffe wir sehen uns im nächsten video denkt dran donnerstag abend 18 uhr live trading room auf twitch mittwoch 18 bis 20 uhr live trading room auf patreon wie jeden mittwoch und aktuell sind wir 2000 dollar nach zwei tagen live trading room also nach zwei wochen jeden mittwoch sind wir 2000 dollar im plus haben einmal acht und einmal sechs trades gemacht und am 100 prozent trefferquote aktuell was sich sehr sehen lassen kann morgen morgen im live trading room werden wir nur langsame märkte traden das heißt es kann vielleicht ein paar weniger trades geben dafür trainieren wir ein bisschen mehr size und dafür werden die trades noch ausführlicher erklärt weil wir für die trades einfach mehr zeit haben da wir sehr viel langsamere märkte handeln wenn euch das ganze gefällt ihr fragen habt schreibt mich einfach auf discord an mein discord ist immer verlinkt möchtet ihr bei patreon dabei sein schaut unten in die video beschreibung dort ist mein patreon verlinkt ansonsten wünsche ich euch eine super trading woche achtet auf die ganzen iceberg orders die gerade drin sind wir haben sehr markante level gerade was für den markt sehr interessant ist lasst euch nicht unnötig fischen rennt den märkten nicht hinterher und ich wünsche euch eine wunderbare woche wir sehen uns morgen im live trading room macht's gut leute ciao ciao